Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie, so besser muss ich stehen. Darum rate ich, ja genauer sich, die Leute anzusehen. Die Hand ist doch wohl ganz so feiner, dies Füßchen so zirrlich, so klein, ja. Die Sprache, die ich führe, die teile, die teile, die teile. Dergleichen für den Sie bei einer Zouvenie, dergleichen für den Sie bei einer Zouvenie, gestehen müssen Sie für wahr, sehr komisch, wie sehr irratum war. Ja, sehr komisch, ha, ha, ist die Sache. Darum verzeihen Sie, ha, 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 wenn ich leere. Ja, sehr komisch, ha, ha, ist die Sache. Ja, ja, sehr komisch, Herr Marquis, sind Sie. Ja, ja, sehr komisch, ha, 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 ha. Sich diese tolle Hähnung an, ja, mir scheidet wohl die Liebe, mach ihre Augen drübe. Der schöne Zoffe Bild hat ganz ihr Herz erhüllt, der schöne Zoffe Bild hat ganz ihr Herz erhüllt. Nun sehen Sie, sehen Sie überall, sehr komisch ist für Barbara voll. Ja, sehr komisch ist die Sache, drum verzeiht Sie, wenn ich lache. Ja, sehr komisch ist die Sache. Ja, sehr komisch ist die Sache. Ja, sehr komisch ist die Sache.